Scheint wohl niemand tausend zu sein. Ich denke nicht. ...mangelt das aller mindestens an Finanzierung, aber ich glaube noch an einigen mehr. Nun, wie ich bereits sagte, geht damit um den Grund, warum nicht bereits alles Wertvolle hier vor hunderten von Jahren fortgetragen wurde. Also seid auf der Hut. Ihr dürft mal eine Sagen und Legendenprobe plus zwölf? Plus zwölf. Ich bin hoffnungslos. Ich hantiere mich mit Sagen und Legenden. Mein Geschäft sind Fakten. Aber 31 Punkte fehlen mir. Also mir fehlen gerade mal vier. Mir fehlen nur vier. Abfall auf negative Attribute, würde ich sagen. Runga hat sich sogar eine plus zwei eingetragen. Warum auch immer? Hast du eine Wunde oder sowas? Nein, war ja plus zwölf oder nicht die Probe. Ja, genau. Ja, ich habe falsch eingetragen. Okay, kein Problem. Außerdem fehlt ihm natürlich die Kulturkunde Südaventurin. Abelmi hat es aber geschafft. Du weißt, dass der Dämonenmeister Borbrat im Winter 1016 Bosparans Fall wohl auf dem Rücken eines Karakils den Kontinent bereist hat und auch für kurze Zeit in Salem gastiert haben soll. Er hat wohl die Salem Horas Bibliothek zumindest einen Teil des Traktes gesucht, gefunden und verborgen. Der Dämonenmeister war hier. Und wenn der Borbrat hier war, muss sich etwas finden lassen, dass seine Anwesenheit wert war. Wir müssen nur das finden, was er gefunden hat. Würfel mal eine Aufmerksamkeit. Ich muss gerade gucken. Intuitionsprobe. Ich wollte sagen, aufmerksam hat es kein Talent. Intuition, ja. Also, ich will nochmal gerne anmerken, dass ich einen Gefahreninstinkt habe. Ja, du merkst auch jetzt, wie dein Gefahreninstinktwürfel gerne mal anschlägt und ein gewaltiger Quarto wird aus irgendeiner Ecke, der auf dem Boden lag, hervorgerissen und Abel mir in den Bauch geschleudert. Du bekommst 1W6 plus 4 Schadenspunkte. 8. 1W6 plus 4 ist so viel Streitkolben. 8. Mit wieviel Wucht ist dieser Quad unterwegs? In der Bibliothek nicht 10, weil ich ja will singen. Die wird die Luft aus dem Bauch ausgetrieben, als du noch gerade sagtest, du musst das finden, was Borat auch gefunden hat. Und dann schlägt dieses gewaltige Buch mit einem Lederumschlag in deinem Bauch ein und treibt dir sämtliche Luft aus den Lungen. Zum Glück bin ich da gepanzert. Gehst du mit einer Rüstung in der Bibliothek? Natürlich geh mal mit Rüstung. Dämt ihr Horazia euch für gar nichts? Ich will überleben, deswegen bin ich nicht immer gerüstet. Habt ihr dreckigen Graumagier denn keinen Funken Ehre im Leib? Sagt mit Schwarzmagier. Ich gehe überall in allerfeinster Seite hin. Danke, Sulamin. Bitte. Oh, äh, bestellt man so hier Bücher? Ich schätze nicht da. Aber erstmal war es da ein Attentat, der mich versucht hat. Schauen wir uns mal ein Buch an, was mir entgegengekommen ist. Wie man Menschen kocht. Ich hoffe nicht. Äh, ne, das ist Al-Rashida, Nuran, Shah, Tullamach. So was wärst die Leute hier durch die Gegend? Unglaublich. Wartet, lasst uns erstmal schauen, was der Auslöser war. Sagt denselben Satz nochmal. Nein, ich bin nicht dumm genug, um sowas zu tun. Ja, Serpentilio und die Intuition. Ich wollte sagen, dann sag ich eben den selben Satz nochmal. Ne, du kriegst jetzt schon eine Intuitionsprobe. Ja, auch. Wir werden also nur von Random-Büchern entwickelt. Ja, beziehungsweise du siehst, wie eine gewaltige Schraube angespitzt, ein großer Nagel rausgerissen wird und inklusive des Brettes auf dich zu rast. Ja, ich werfe mich hinter Raphim in Deckung. Ausweichenprobe. Ist dir leichter, weil Raphim so groß ist? Nein. Warum nicht? Du hast gerade die Chance erhalten, auszuweichen, bevor das Brett ranrast. Du versuchst hinter Raphim abzutauchen, stolperst und fällst in das Brett rein. Du merkst, wie sich der Nagel wohl so ein bisschen durch deinen Mund, beziehungsweise nicht durch deinen Mund, sondern durch deine Wange hindurch bohrt und auf der anderen Seite in deinem Mund wieder rauskommt. Irgendwie so ein Zahnschrapp voll ab. Du bekommst wieder ein W6 plus vier Schadenspunkte. Das war ja gerade mal sieben. Damit bin ich kampfunfähig. Serpentilio. Außerdem ist das eine Wunde. Keine Wunde? Das ist auch der Wunde. Haltet ein, wer immer hier mit Sachen um sich wirft. Gib mir mal einen W20. Hoche schlecht. 13. Dann kriegst du den Doppelten, weil es A gegen den Kopf gezielt war. Dann sind es nicht sieben, sondern 14. Wait, wait, what? Warum ist 13 neulichs der Kopf? Weil er gegen den Kopf gezielt hat. Du hast einen ausweichenden Patzer, der hat den Kopf getroffen. Und normalerweise ist es 19. 19, 20 ist der Kopf. Und das war jetzt eben dann, ja, beim Kopf. Siehst du halt, äh. Das ist jetzt ein Doppelten. Er muss gar nicht würfeln. Er hat nicht gezielt. Zielen ist ja schwer. Das kannst du den Poltergeist sagen. Nee, nee, nee. Das kannst du den Poltergeist sagen. Du kannst den Poltergeist sagen. Du kannst den Poltergeist aufschreiben. Ich sag dem Poltergeist gar nix. Ich lass einen Angriffsprober von ihm sehen. Du kannst nicht hinterher entscheiden. Oh, es war im Übrigen auf dem Kopf. Äh. Er hat dich getroffen? Nee. Ja. Nachdem der Ausweichen Wurf kaputt ist, sagst du, oh ja. Er hat im Übrigen auf den Kopf gezählt. Oh ja. Natürlich. Ja, 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 ja. Okay. Also, wirst du auch ausgenockt oder nicht? Ich hab doch schon gesagt, ich bin kampfunfähig. Ja, siehste. Also ohne doppelten Schaden schon. Ohne doppelten Schaden. Ohne doppelten Schaden. Ja, ja, ja. Hab ich doch gesagt, du hast gar nicht zu. Ich würde ihn mal über meine Schulter werfen. Haltet ein. Wer uns mit Zacht bewirft. Wir kommen. Handelst du gerade mit der Bücherei? Nee, ich rufe den Raum rein. Und ja, bewirft uns ja. Und ich kann ihn nicht sehen. Aber wir kommen nicht als Freunde. Weiß die Bibliothek doch nicht? Aber mir ist das Verwägungsmagie? Es ist verglückt, die Bibliothek abzulügen? Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann keinen Werfer kennen. Das kann auch ein profaner Wäffer sein, der sich sehr gut versteckt. Wer kennt sie nicht, die profanen Bücher weitwerfer? Nun, das wäre ein Stück Holz mit Magel. Auch immer meine Waffe der Wahl, wenn ich mit Dingen nach Leuten werfen will. Einfach jemand? Äh, bisher nicht. Hallo, wir kommen als Freunde. Ist es echt schon? Ich nutze nur meine Stab... Wie ist das Licht hier drin, Fransorn? Ähm, wahrscheinlich sind oben in der Decke ein paar Durchbrüche, durch das dann schwaches Licht in komischen Farben hindurch scheint und durch die Tür eben auch sehr wenig. Also du kannst deinen Stab auf eure Fälle anmachen, wenn du möchtest. Ja, also wenn die dementsprechend schlecht sind, dann würde ich auf jeden Fall den Stab anzünden und ein bisschen mehr Licht schaffen. Hallo, wo ist hier der Bibliotheker? Der Oberbibliotheker? Irgendjemand? Hast du es für klug, in der verheirgsten Bücherei rumzuschreien? Ja. Hätten sie nicht gewollt, dass man hier rumschreit, hätten sie ein Silenzium über die Bibliothek gelegt. Hat das noch einen Effekt, den man beobachten kann, dass Abel mir so rumbrüllt? Du siehst, wie wohl in einem der Bücherregale irgendwo hinter diesem Pult bei der Anmeldung, da siehst du so zwei Bücherregale, die sehr sehr hoch sind und dann siehst du, wie ein geisthaftes Licht auf dich zutanzt. Auf mich oder auf Abel? Auf euch alle. Schwebt und hüpft so ein bisschen hin und her. Und dann noch eins. Und noch ein drittes Licht. Achso, sehe ich es auch, oder? Ja, ja, könnt ihr sehen. Dann suche ich mal die Ahnung, gegen Zauber? Könnte ich schauen. Ich glaube, ein plus drei, glaube ich. Wurfen einfach mal. Keine Ahnung. Also ich plus vier war eigentlich von vorher wahrscheinlich irgendwie. Ja, ist gelungen. Ja, du würfelst deinen Zauber. Du spürst so ein bisschen wie die Matrix, die aus der Hand gerissen wird und der Guardianum dann aufgespannt wird. Irgendwas hat dir da vielleicht geholfen oder so. Du bist dir nicht ganz sicher, aber die Matrix scheint so nicht ganz funktionieren. Und ja, dann guckst du dich ein bisschen um. Du siehst, wie die Lichter weiter auf euch zukommen. Es sind dann so Irrlichter, aber da sind keine Glühwürmchen oder sowas hinter. Sondern es sind einfach magische Lichter, die dann vor euch hin und her tanzen. Und euch versuchen auch mit leichten Farbwechseln zu irritieren und zu ängstigen. Und dann könnt ihr spüren, wie aus euren Gürteln, Kleidungsgegenständen, wenn ihr einen Rucksack dabei habt, Klimperkram, der euch verlässt und dann in euch oder um euch herum schwebt und dann gegeneinander haut. Mit einem riesigen Radau klammern die Metallteile teilweise gegeneinander, wenn es dann irgendwas ist. Oder Gläser, die dann dann auch teilweise zerdrückt werden. Wenn ihr dann so etwas dabei habt. Ich wollte sagen, mein Kleinkram ist giftig. Ja, dann wirst du jetzt sehen, wie dir irgendwelche Fiolen von deinem Gürtel... Ich sehe gar nichts für Kanonfähig. Ich hoffe ja, das ist ein Problem für die Anderen. Das ist ein Problem für die Anderen. Heiltränke, die sich von Serpentilius' Gürtel lösen und dann mit Klimpern irgendwie gegen eine Dolchspitze von Abelmir oder von Zulamin. Irgendwas Klimperkram. Vergessen wir nicht, wenn ich die Falle gucke. Die dann um euch herum in einem riesigen Radau. Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir gehen tiefer rein und wir verschwinden. Ja, wir müssen ja tiefer rein. Also vorwärts. Ja, so lasst ihr euch nicht verjagen wie normale Diebe oder Einbrecher. Und könnt dann auch einen Weg vorbei in der Rezeption in Richtung der riesigen Bücherregale gehen. Irgendwohin. Macht wenigstens dann ein Guardianum oder ein Bewegung-Bann oder so? Ja, aber Bewegung-Bann? Okay, den kannst du nicht. Das ist fair. Die Lichter werden zumindest von dem Guardianum beiseite gedrückt und ihr könnt ins Innere gehen. Bis ihr dann Schämen seht. Einen Schämen, der wohl von einem Geist gündet. Ihr könnt grob erkennen, wie dort ein würdevoller Tulamide steht mit einer hohen Stirn, einem spitzen Kinn und gekleidet in eine bosporanische Tunika. Das heißt Geisterkennen, also durchsichtig sozusagen. Durchsichtig, ja, ja. Seid gegrüßt, edler Bibliotheker. Verschwindet von hier. Wir wollen euch nichts Böses. Ihr seid auf der Suche nach Borbarats Testamenten. Nein, 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 da habt ihr mich missverstanden. Ich wollte bloß auf die Aufmerke hin darauf richten, dass ihr schon einmal hier wart. Da habt ihr mich missverstanden. Er war doch hier, nicht wahr? Er war hier. Seht ihr, darauf wollte ich hinweisen. Ich konnte ihn nicht vertreiben. Das konnten wenige, ein bisschen gar keiner, bis auf die sieben gezeichneten. Was wollt ihr? Nun, mit euch reden und euch von unserer Rechtlichkeit überzeugen. Sie sind weg. Sie sind alle weg. Ihr meint eure Untergebenen? Die Geweihten. Gestattet, was ich mich vorstelle. Ich vergesse meine Manieren. Abimeia Morenis. Ich bin Arsela Mann. Das sind meine Gefährten. Surumi Alshabra, Geweihter der schönen Göttin. Raffin, ein Streiter des Chors. Ronga, ein Abenteurer. Und Zerpetio. Ein Brabacca, Magier. Eiche entspähen, wenn das so weitergeht. Sie sind alle weg. Außer dem Meerhammer. Ich fahr dir. Herr Stern, der Büchermeister ist weg. Können wir irgendetwas tun, um euch zu helfen? Du siehst, wie er grinst. Ja. Findet einen neuen Büchermeister. Dann bekommt ihr Zugang zu dem Buch, was ihr wünscht. Nun, ich bin nicht sicher, ob wir hier in Salem einen angemessenen Bibliothekar finden werden. Hm, er lächelt wieder. Stets hat jemand unseren Blutes die Bibliothek von Silamoras gehütet. Herr Stern war der Letzte, so wie mir schien. Das durchscheinende Abbild des Zaldolamin flackert wie eine Kerzenflamme im Winter auch. Eines Nachts murmelte er im Rausch von einer Liebschaft und einem Kind, das er auf der Schwelle der Bibliothek fand. Ich versuchte mehr zu erfahren, doch Herr Stern schrie mich an. Er habe die Mädchen sein Schicksal erspart. Er eiferte sich. Sie werde den Weg vollenden, den er verlor, als er dem Ruf seines Blutes folgte. Findet Herr Sterns Tochter und bringt sie zu mir. Dann werde ich euch helfen. Er hatte sie auch einen Nachnamen? Herr Stern, er ist Alasar, wie ich. Der letzte Spross der Dynastie. Ferosef, der Büchermeister. Und hat seine Tochter auch einen Vornamen? Findet das Mädchen. Ohne Namen wird es etwas schwierig werden. Findet sie und ich öffne den Schlangenpfad. Ah, ja. Nun dann, werte Büchermeister, dann werden wir uns wohl auf den Weg gegeben. Ah, Selamann. Ah, Selamann. War Zeit. Findet die Tochter von Eshtan Alasar und bringt sie zu mir. Habt ihr vielleicht noch einen Hinweis, wo wir sie finden könnten? Blut der Bibliothekare. Äh, ja. Wann verstarb dann dieser letzte Bibliothekar? Ah, Herr Stern ist vor drei Tagen gestorben. Oh, das tut mir leid. Vor 30 Jahren trat er sein Amt an. Ferosef bekam regelmäßig Besuch von einer Geweihten namens Malane. Äh, nicht zufällig die Effert-Geweihte in dieser Stadt? Ah, nein. Welche Gottheit war sie dazugewandt? Äh, eine Geweihte. Nun ja, das ist etwas vage. Findet sie. Äh, nun gut. Äh, hier. Ich halte ihm das Buch entgegen, was er mir entgegengeworfen hat. Ihr sollt das besser verstauen und nicht damit herumwerfen. Es wird ja aus der Hand gerissen. Nicht von seiner Hand, sondern von seiner Willenskraft und landet in einem beliebigen Regal. Ja, ich sehe schon, wo das Problem liegt. Ihr braucht wirklich einen ordentlichen Bibliotheker. Du merkst, wie Wind aufkommt und dir entgegenströmt in Richtung des Ausgangs. Überwirft denn jetzt noch jemand mit Bandstaub, oder? Ja, hat jemand was? Ja, dann lass mich da. Er schwebt buchstäblich um meine Schulter. Ja, bestimmt. Nur so nötig. Ja, wenn der Bandstaub jetzt um dich herum schwebt, dann hast du jetzt auch keine HSP mehr. Ja, Geister-Bandstaub. Kein normaler. Ach so, okay. Geister-Bandstaub. Ich dachte, okay. Den normalen Bandstaub nicht machen, das ist ja der Berufsgeheimnis der Prahanskirche. Ich hab mich schon gewundert. Aber Serpentilio trau ich alles zu. So könnt ihr wieder nach draußen gehen. Und Serpentilio kommt irgendwann wieder zu sich auf den Schultern von Rafim. Au. Rafim, wenn ihr die Güte hättet, an der Rippen sind etwas geknallt. Serpentilio. Möchtet ihr auf die andere Schulter? Nein. Danke, ja. Ja, aber ihr könnt mich auch hier runterlassen. Wie ihr möchtet, ihr seht noch etwas schwach aus, um die Rippen. Au. 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 Er tupft vorsichtig mit einem Alkoholgetränkenlappen, wo ich die Wange hab. Au. Ich bin wie überverlustet. Au. Au. Ja, möchtet ihr, dass ich's mir mal anschaue? Ich hab eine gewisse Erfahrung mit Wunden. Ähm, schau da mal rein, wie schlimm es aussieht. Natürlich. Nicht anfassen! Es sieht so aus. Ja, der hat euch tatsächlich im Mund getroffen, würde ich sagen. Danke auch. Jaau. Ich werde das nachher selbst behandeln. Jaau. Jaau. Ihr sollt das nie lassen. Ich behandle es selbst. Macht euch Sorge. Vielleicht, dass ich nicht hier drauf schaue und dann fühlt sie sich gebraucht. Sieht mir nach einer Prallung aus. Einfach ein Seil draufschmieren. Ja, nicht nicht. Habt ihr also herausgefunden, was mit Gegenständen nach uns geworfen hat? Ja, ein Geist. Äh, ein verstorbener Geist. Er beauftragte uns, äh, die Tochter des verstorbenen letzten Bibliothekars zu finden. Und lasst mich raten, hier zieht sie den Betrag, dies auch zu tun. Nun, ist es nur eine Möglichkeit, in diese Bibliothek zu gelangen. Nicht unsere einzige, denke ich, aber wohl die angemessenste. Hat er denn den Schlüssel? Nun, er sagt etwas von, er öffnet den Schlangenpfad. Hm, das klingt tatsächlich so aus, wenn wir ihn brauchen. Ich wäre maladeite. Nun gut, nun gut. Wir sollten allerdings selbst zum Schiff zurückkehren. Er sagt auch, dass der letzte Tag vor drei Tagen umgebracht wurde. Ich sagte doch, dass bei den Exagenten wir vermutlich bereits vor uns sind. Dann sollten wir vorsichtig sein bei der Suche nach dieser Tochter. Aber ganz einfach wird die nicht zu finden sein. Was meint ihr, wie viele Geweihte mag es wohl in der Stadt geben? Ich fürchte weniger, als wir befürchten. Ich wollte gerade sagen, wie sehr wenige oder sehr viele. Je nachdem, wie ihr erzählt. Hm. Er nannte uns den Namen einer Geweihten, aber er wusste nicht einmal, welcher Gottheit sie dient. Was für kompliziert die Sache. Dann werden wir wohl alle Tempel dieser Stadt abklappern müssen. Ich glaube, die Neuniten sind hier stark vertreten. Vielleicht finden wir da Leute, die noch gesinnen sind. Wenn sie nicht sehr beschäftigt sind. Oh ja. Nein. Das klingt grausam. Seid offen für Neues. Aber ich verstehe euch. Versteht das jetzt nicht falsch, obwohl mir aber offen für Neues klingt nach einem ganz schön ketzerischen Satz. Ich bin vor allem nicht offen für Ihrem Schlaf im Morgen. zu werden, nur weil ihr ein bequemer Respekt haben wolltet. Ja, offen für Neues scheint in dieser Stadt ein rostiger Nagel durch die Wange zu sein. Und naja. Darauf kann ich nicht verzichten. Er guckt, als hättest du ihm gerade in die Riffen getreten. Naja, dann soll ich uns erstmal zurückführen. Ja. 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 Ja.